Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, befinden wir uns gerade im Black Market und wie ihr oben am Bildschirm auch schon seht, habe ich 9800 Call of Duty Points und heute ist so ein kleines Haul-Off von den Surprise, Supply Drop Openings sind 50 Prozent, das heißt man muss nur noch die Hälfte dafür bezahlen. Das heißt, ich kann ADO 90 Kisten aufmachen, Leute, von den Rare Supply Drops und ja, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Ich hoffe, ich bekomme die neue Sniper, denn ja, ich mag die neue Sniper, ich liebe sie einfach. Ja, wir sind zusammen. Oh mein Gott, Serie 4 für Weeper. Sieht schon mal nice aus. Im Untergrund hört ihr vielleicht ein ganz ein wenig, ein ganz ein wenig, alles klar, den lieben Alpha Real. Guten Tag. Guten Tag. Tut mir leid, ich muss dich jetzt einfach wehnen, wenn man dich kurz gehört hat. Aber er wird hier nicht im Video sonst präsent sein. Ähm, ja. Oh mein Gott, nein. Huiuiui, huiuiuiui. Noch 93 Kisten. Noch 92 Kisten. Alter, einfach 92 Kisten aufmachen. Läuft bei mir, würde ich mal hart sagen. Huiuiuiui. Ja. Leute, schreibt in die Kommentare, wie war euer Tag. Das Video kommt morgen online, wir haben heute Samstag. Es kommt Sonntag online. Ich hab's gar war. Ich hab eine neue Melee-Waffe. Ich hab's gar war. Weißt du, dieses, äh, Art Messer. Sieht schon mal scheiße aus, aber nun gut. Ich hätte gerne die neue Sniper, ne? Neue Sniper, Mann. Egal, ähm. Auf jeden Fall hab ich jetzt geplant und auch so vorproduziert, dass jetzt über eine Woche lang, äh, jeden Tag ein, äh, zwei Videos kommen. Oder mindestens ein Video. Und, ähm, ja. Heute hatten wir Samstag. Also wenn ihr das Video seht, gestern sind ja schon zwei Videos online gekommen. Heute sind zwei Videos online gekommen, also für euch. Das hier ist eben das zweite Video am heutigen Tage. Alles klar, was? Kitty Calling Card. Ja, Leute, auf jeden Fall. Komm, ziehe ich da eine neue Waffe, oder was ist das? Alles klar, Geist für Seraph. Ist ja auch nicht so, als ob ich die schon hatte. Nö, nö. Oh, Mann. Geist für den Seraph. Geist für den Seraph, alles klar. Ist das neue, ja, Edging für Kruda. Hatte ich aber auch schon. Auf jeden Fall werden wir danach richtig viele Crypto Keys haben, Leute. Richtig viel. Intensity für ICR 1. Hatte ich aber auch schon. Haha, für Seraph. Alles klar. Hurt Attack. Finger weg, ja. Ist eigentlich nichts von den neuen Sachen. Wäre schon nice Wenn da neue Sachen dabei wären Da hatte ich doch die Sniper gesehen oder nicht, Leute Bei dem ersten Case Also bei der ersten Dings hier Oh man, einfach nix geiles dabei Opposition, Battery Okay Neue Geste Ach kommt schon Oh man, noch 74 Cases Oh man Dust für Kuda Und Dust für Haymaker In einer Kiste Und ich bekomme nochmal Haha für Seraph Tango Für Outrider Ist ja auch nicht so, als hätte ich das noch gar nicht Nö, nö Oh nie Jetzt habe ich auch für das ganze Für den ganzen Nomad Die Ausrüstung, kann man schon sagen, oder? Oh nie, alles klar Ach kommt schon, Leute, kommt schon Mayan Ja, das sieht schon nice aus Aber ich hätte gerne neue Waffen, Leute Neue Waffen Ja, drei, zweimal kommen Nice Monochrome Für die Faro Geist für den Weeper Endlich mal Ich glaube, jetzt hatte ich auch diese Rüstung komplett Und wieder eine Variante für die Men-O-War Richtig nice, Leute Und da kommt ich schon viel an der Variante Nein, Royale Für die Willwür Oh man, noch 66 Cases, Leute Oh Einfach nur Scheiße in der Kiste Kommt schon, kommt schon, kommt schon Leute, wünsche mir Glück Meine War-Variante von Rapid Fire Hatte ich ja auch noch gar nicht Nein, nein Monochrome Flea, Black Cell Ja, das braucht man auf jeden Fall Oh man Ach, ach, ach Ich bekomme einfach nur Aufsätze oder Varianten Und jetzt zweimal kommen und ein Wear Schon nice Noch 60 Cases, Leute Schon verrückt Und dann bekomme ich bestimmt Krabsus für Profit Lol Sieht auch nice aus Auf jeden Fall bekomme ich die neuen Ausrüstungen Also das ist schon mal Nochmal Oni Mann Warum immer die scheiß Oni Oni, Oni, Oni Alles klar, Leute Schau mal, ob das Video nicht Nein, ich verteile das nicht In zwei Hälften Das ist auch scheiße Ja, Mann Ein zweimal Kamen Einmal Wear Nice Keine Fehler Nochmal Oni Wollen die mich jetzt verarschen, Digga Presti Für die P06 Seht ihr auch oben, Leute In der letzten Zeit ist ja auch Also gestern ist auch ein Friends Warfare Gameplay Online gekommen Weil wir ja gestern mal Ein bisschen Ein bisschen Es war Fähig Spricht haben Eis Für die KRM Ist schon scheiße Zweimal kommen Einmal Neid Für den Outrider Noch 51 Schalldämpfer Variante Für die SVG Oh, Mann Komm, bitte, bitte, bitte Laservariante Für die Faro Schon hart scheiße Nach 40 Cases, Leute Boah Hälfte haben wir Oder wie viel Käse Wie viel Kurs hat mich Weiß es nicht Mal läuft bei mir Aber Pimer Hatte ich aber auch schon Geist Ruin Hatte ich leider auch schon Oh, Mann Zwei Gesten In einer Kiste Es ist die neue Smartphone Nein, wahrscheinlich nicht Black Mamba Oh, die sieht geil aus Die mach ich sofort rein Schau mal in eine neue Calling-Karte Barock Halb ich schon Für den Firework Sag mir einen Perk Egal welchen Dein Lieblingsperk Keine Ahnung Außer Fast Sense Ähm All in Us Oder so Keine Ahnung Oder ähm Warte, wie heißt es Was? Ähm Valkyre für die Battery Immer Valkyren für die Battery Nein, ähm Warte, wie heißt es Checkout Checkout Oder Scavenger Vielen Dank Er hängt davon ab Ähm Ja Von den zwei Scavenger Scavenger Okay Oh Mann, Leute Oh Mann, Leute Respekt für Oh, BRM Rapid Fire Variante Alter Wer braucht denn sowas? Ich brauche die neue Sniper, Mann Die neue Sniper Aus 37 Cases Leute Kommt schon Ja, viel Ja, viel Ja, viel und viel Für die Haymecker Und für die Cuda Ist nice 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 Rächtige Scheiße Aber nur gut, Leute Aber nur gut, Leute Warton Warton Pixel Hail Seizir Seizir Für den Ruin Alles klar Schöne ich mir nachher Auf jeden Fall mal an Was das ist Zwei kommen Ein Wear Und ein VueiQ Schon nice Warum kann ich dir nicht joinen? Ähm Ich bin, glaube ich, gar nicht Im Public oder so Oh, Friends Oder, ja Friends only Ja, warte Und dann müsstest du mir Eigentlich joinen können Warte Hier unterbricht ich das hier Kurze, Leute So So, kannst du mir joinen Oder auch nicht So, kannst du mir joinen So, Leute Weiter geht's Ich hab da auch Jetzt keinen Cut gemacht Ist jetzt noch scheißegal Dann komm ich bestimmt Äh, Odin Nee Wie heißt das Porsche für Ausweiter Ist ja klar Ist ja klar Hab ich ja auch noch gar nicht Nö Kommt schon, Mann Cash Money for Ruin Okay, wenigstens eines Aber das ist auch schon so alt Hey, da Für Ruin Hab ich aber auch schon Nein Baseballschläger Für den Baseballschläger Ja, schon nice Den Baseballschläger Aber Wenigstens neue Waffen Jetzt hab ich schon Zwei neue Waffen Aber das sind halt Mediatek Noch 27 Kisten Warum denn Neid für Ruin Hat man ja auch gar nicht M8 Variante Edging 24 Kisten Oh Mann In den 24 Kisten Ist einfach Gar nichts Geiles dabei rausgekommen Helzion Okay Jetzt war die Session Für die Rf5 Monochrom für die XR2 Schon wieder Noch 21 Kisten, Leute Ist nähert sich dem Ende Jungle Party Monochrom Oh Mann Oh Mann Komm, ich hätte gerne die RsR Interdeck Interdecktschen Oder Interdecktschen Heißt sie doch, oder? Interdecktschen 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 Noch 18 Kaises Worte Freaktshow Natürlich Werde für Sera Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Es kommt einfach Gar nichts dabei raus Firebrand 4DLK Ich meine Was? Oh Mann Komm Habe ich sie wieder gesehen? Nein Natürlich nicht Noch 13 Kisten, Leute Oh Mann Gott Edging für die Blacks Das wünscht man sich doch Dragonfly Für den Spectre Okay, das war schon nice Aber Mann 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 Komm Noch 10 Kisten Ich wünsche mir Glück Royal Hydro Ocean Für den Firebrand Mal wieder Den zieht man Für den 10.000 Kisten Noch 7 Kisten, Leute Noch 7 Kisten Nice 2 kommen Einmal So kommt man weiter, Leute Light für die Faro Eine MR6 Variante Long Barrel Noch 6 Kisten Oh Mann 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 Schon scheiße Ritual Ritual Für die 4th Street Light für Razorback Ritual für Dingo Noch 2 Kisten Noch 2 Kisten Noch 2 Kisten Oh mein Gott Bitte Ich schau einfach nicht hin Ich schau nicht hin Ja Ein Legendary Letzte Kiste Ich schau einfach nicht hin, Leute Nein Nein, klingt nicht gut Das klingt einfach gar nicht gut Nein Nein Oh Mann 133 Crypto Keys bekomme ich dazu 2190 Crypto Keys habe ich jetzt 2249 2.312 Alles klar 2.355 2.430 What? Ich habe hier 2.430 Ich mache eine Mit Crypto Keys auf Denn dann habe ich 200 2.400 Ich schau nicht hin Bitte, 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 bitte Bitte, 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 bitte Bitte, bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Und Oh mein Gott Was ist das für eine Scheiße Das für eine Schze Ach Leute super Na Scheiße gezogen Den Zieh ich aber jetzt an Dragonfly Das sieht schon richtig nice aus Bähähähähäh Die brauche ich in den Aber nur gut, Leute Das soll es gewesen sein von diesem Sprite-Opening Aber das sieht schon leise aus Ah, okay, das ist das Ja, Leute, das muss auf jeden Fall gewesen sein Wenn es euch gefallen hat, dann hast du bitte eine positive Wertung da Und, ähm, ja Hier sind die zwei neuen Melee Weapons Den Baseballschläger und Cover Skullsplitter Malice Iron Gym Butterfly Knife Egal, Leute Die neue Sniper hätte es sein müssen Wird einfach kommen können Aber egal, Leute, wenn es euch gefallen hätte Dann hast du bitte eine positive Wertung da Haut da rein Schaut bei dem Lieben einfach Royale vorbei Und bei unserem Clan-Channel Dieses Video wird aber nicht auf dem Clan-Channel online gekommen Aber wir werden jetzt ein Live-Kommentar hier aufnehmen Was dann entweder heute von euch Also morgen Von euch aus Heute aus Von euch aus Heute online gekommen ist Oder was am Montag oder der In der Woche Haut rein Bis dann Bis dann